Hallo meine lieben Freunde, Willkommen zu einem weiteren Let's Play hier auf Das DemC spielen wir drei eine Runde Aero, und zwar ich, der Mark und der Demirel. Hallo. Hallo, ich habe einen Schock. Ja, ne. Schrei nicht so. Ne, 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 ich hole mir erst mal 20 und dann brauche ich mich zum Reichen. Bestimmt kennt ihr das Spiel schon, ne. Ne, ist ganz normal, ihr müsst euch hier halt Bronx und alles holen, woraus Blöcke macht und ich dann halt zum Eisen bauen rüber, das und das, oder da hinten halt dies. Und da in der Mitte ist das Gold und ihr müsst jetzt versuchen, die gegnerischen Blöcke abzubauen. Ihr gebt nicht nur Re-Spawn-Blöcke, denn dann könnt ihr eure Gegner töten im Spiel. Oh, das fack, mega leck. Und ja, dann werden sie halt nicht ge-spawned. Also halt, das ist halt der, das Ziel, würde ich mal sagen. Ja, ähm, also Demirel und ich, wir haben eine ganz gute Taktik, weil wir sind einfach die Pros in diesem Spiel. Ähm, wir haben eine gute Taktik und ich denke mal, du bist hier auch ein... Oh, schade, fast eine neue Bestzeit, shit. Genau, Igo, wo warst du dich zum anderen Eisen? Ja, du hast sogar ganz gut Zeit. Ach, soll ich mal machen? Du brauchst mir ein bisschen langer. Ich hab' ein Penner, du sollst dich verziehen. Igo, lass mich mal bauen, du brauchst du langsam. Ach, Lappenmehl ist da runtergefallen. Jetzt kannst du ein bisschen bauen, ich hab' ich kein Blöcke. Geh drauf. Gut. Geh drauf, komm rein, komm rein, komm rein, gib mir das Eisen, gib mir das Eisen schnell. Geht nicht, ich muss es ja für mich benutzen. Oh, Junge, ey, du bist überhaupt kein Teamplayer. Ja, was, was bringt dir, aber ich hab' jetzt, ich hab' jetzt sieben Eisen. Also. Och, Igo, ey, du bist richtig kein Teamplayer. Ja gut, was soll ich denn machen? Äh, Teamirel, dann mach' ich für euch beide halt'n, äh, ne Rüstung, okay? Nein, du machst für alle ne Rüstung. Was soll ich denn machen? Ich brauch, ich brauch das selber, ich brauch das Silber selber. Was hätt'n gebracht? Ja, guck, ich hab' jetzt mit der Teamplayer. Ja, aber was hätt' ich, was hätt' ich, was hätt' ich... Ja, aber was hätt' ich, was hätt' ich... Ja, aber wer Teamplayer ist oder nicht, du machst ihn mein und ich brauch' keine. Hey, er hat doch schon, er hat sich doch einfach schon alles gekauft. Ja, dann ist schön, dann brauch' der halt keine mehr. Doch, ich hab' nicht genau genug, um uns beide eine Rüstung zu holen. Ja, dann hol mir bitte auch eine Rüstung. Ja, Junge, was meinst du, worüber, worüber ich die ganze Zeit rede? Ja, ich hab' jetzt gedacht, ihr habt jetzt irgendwie wieder Streit oder so'n Mist. Nee, nee. Äh? Wir hatten noch nie Streit. Ich trinke jetzt erstmal was. Ja, wie, ich bin Colin gestern, ey. Ha, wir haben alle so fließend, aber voll wie sie. Ähm, Demi, wo bist du? Ich bin oben. Komm, ey, komm, 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 mal zum rechten Eisen. Komm bitte mal zum rechten Eisen, schnell. Ich komme. Warte, geh zurück, geh rein, geh rein. Warte, fuuuck, warte, fuuuck, help. Nein, falsche Richtung. Boah, falsche Richtung. Ich hab' mich kurz echt verwirrt. Boah, ich muss mir sofort Essen holen. Fuuuck. Essen, 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 schnell, schnell, schnell. Warte, fuuuck, ja, genau, wir sind ganz groß. Fliege, ey. Demierell wurde von einer Flieger heimgesucht. Ja, dumm, 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 dumm. Bauer, nur für mich, was soll ich sagen. Nein. Ey, was soll ich mir nochmal holen? Na, was soll ich mir nochmal holen? Erstmal, Fruder. Was soll ich noch ein bisschen mehr, Fruder? Ich stelle mich mal kurz vor, das ist unser, unser, ähm, unser... Da kommt Blauer zum Ries von Bock. WTF, wer... Nee. Das hier ist unser Kantine-Meister, unser Koch. Das hier ist unser Schwert-Macher, unser Schmiede. Man zieht sich endlich. Das hier ist unser Bauarbeiter, gibt uns mal Blöcke. Und das hier ist unser Rüstungs-Meister hier. Ey, das hat mir ganz, ganz alles geklaut. Kann der jetzt mal gehen? Danke sehr. Ich bin gerade dabei, ich bin gerade dabei ein paar Wege, also ein bisschen hier aufzurüsten, die Wege, damit man hier nicht angeht wird. Also, Demi, ich habe jetzt genug Eisen, also ich habe die ganze Zeit eine Rüstung für dich dabei, ne? Ja, ist schön. So, ich baue jetzt hier ein bisschen. Ja, ich schwimme nämlich jetzt wieder zwei Sachen. Oh, ich habe gar keinen Bock auf diesen Team-Karanen, das ist voll die Flasche, ey. Rot, der sich gerade mit 20 großen Blöcke und fällt einfach runter. Ja, ich habe den Bock locker bauen hier. Ja, ich habe wohl nicht was sinnlos sind. Falsch, über. Taktik beinhaltet was anderes. Lass mich das bauen. Lass mich das bauen, lass mich bauen. Nein, du musst wohl jetzt mal die Folge sehen sollen, äh, das auf, das guckt, was ich schon voll in Worte. Ja, gut, mach du, ich weiß, ich... Ich habe Boden, also. Ja, alles gut. Was mache ich denn? Ich wollte nur ein Schwer. Ja, gut. Obwohl... Ne, falsch. Ja, falsch. Hast du mal eine Rüstung? Ja, sofort. Hier. Jetzt würde ich mal sagen, ab in die Mitte. The little in my... Oh, fast und so gefallen. Juchu. Okay, da ist ein Rotheil. Ja, deswegen gehe ich jetzt auch extra hin. Oh, bei uns am rechten Eisen ist jemand. Ja, und? Eine Ration Eisen. Ui, shit. Leute, ich bekämpfe die blauen, ne? Ja, genau. Bekämpfe einfach... Oh, mein Gott, Hilfe, ich komme zu unserer Base. Blauer ist, glaube ich, hinter mir her. Ich habe nur noch drei Herzen. Dranhalb. Ja, Demi, schieß ihn runter. Ja, geil. Geil. Okay, nein, noch nicht. Puss. Hat man vielleicht noch ein Gold für... Ich habe gar kein Gold. Ich gehe aber gleich in die Mitte. Nachdem ich die Bäche schön ausfügt. Also, Igor, die muss ich das vielleicht mal einmal erklären. Demi, Demi kennt das ja schon. Nein, 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 halt, stopp, Demi. Ich habe keine Spitzung gehabt. Aber hier die Wand ziehen. So, ist gut. Und zwar, wir bauen halt immer so Geheimgänge, damit, falls wir in Notsituationen, wenn jemand rushed, der ein für richtig gute Sachen hat, umbogen. Hallo, ihr seid, ihr seid auch richtig... Ihr habt auch keine Ahnung, oder? Ich zeige euch mal kurz was richtig Lustiges. So, das ist ein richtig schöner Bug. Und zwar, ich baue mich jetzt mal sehr, sehr weit nach hinten von uns. Denn, bis man dann so ein Land sieht, so eine Fläche, und von da aus muss man dann runterspringen. Also, Igor, von wegen, wir haben gestern Abend so knapp drei Stunden gesuchtet. Oh ja, ich habe letztens auch zusammen mit Colin eine Stunde... Nein, ich habe nicht gesagt, ihr habt keine Ahnung. Ich habe gesagt, ihr habt ja keine Ahnung, was ich für einen Trick habe. Ja, spring am besten mit deiner ganzen Rüstung runter, bitte. Ja, soll ich machen? Komm her, Marc. Komm her, Marc, ich zeig's dir, das funktioniert nicht wirklich. Ich zeig's dir, komm her. Ja, was passiert denn dann? Ich zeig's dir, komm erst mal hierhin. Ich springe runter, du brauchst nichts machen. Du brauchst nur zugucken. Ne, Miriam, komm, du mal. Wir brauchen nämlich gerade alle ganz schön produktiv. Ich auch. Ja, ich bin nicht wirklich produktiv, ich bin eher so... Ich verteidige unseren Arsch. Kontraproduktiv. Ne, das jetzt wieder auch nicht, also... Kontraproduktiv. Ja, jetzt hab ich's geschafft. Jetzt hab ich's geschafft. Kommt mal, bitte. Bitte. Ich muss euch das zeigen. Bitte kommt hier hinten hin. Genau. Wer bist du, du bist, Marc? Mal sehen wir, weil du kannst auch gern kommen. Das war bitte nicht unter mir ab, ja? Ich hab nichts gegen. Ja. Nein, nein, kein Beding. Dem Miriam kommt jetzt auch noch. Jetzt zeig ich's euch, Alter. Ich spring jetzt da runter. Wenn ich sterbe, dann raste ich vollkommen aus. Ich dachte, du brauchst nicht mehr auf, ey. Ich hab mich richtig erschrocken. So, guckt. Drei. Zwei. Ich schwöre euch, ich werde nicht sterben. Alter. Hallo, ihr sollt doch hier rüberkommen, mir zugucken. Ich hab Blöcke mehr. Ich hab Blöcke. Ey, Marc, lass es mal bitte. Ich schwöre... Ich schwöre... Nein, nee, nee. Ich wollte sofort wieder rüber und... Ich beobachte, was ich hier entferne und nicht, dass ich... Ja, okay. Demirel, guck. Demirel, komm mal nachher ganz hinten. Ich kann's dir zeigen. Warte, Moment. Da kommt grad ein blauer. Nein, du musst jetzt sofort hier hinkommen. Loll. Demirel, erschießt dich auch ab, ne? Schnell, Demirel, komm nach hier hinten. Demirel, schnell. Wir beide können flüchten. Schnell, komm hier hinten hin. Das ist doch das Geile. Ja, komm doch. Das ist doch das Geile. Jetzt hatte ich schon wieder ein Disconnect. Warum Disco... Ich spring da runter. Der hast du nicht. Warum? Boah, YOLO, Alter. Hä? Hä? Das ging da noch. Warte. Warte, bau mal hier ein bisschen ab. Bau mal hier ein bisschen ab. Eine Bitte an die Zuschauer von Igor. Bitte schreibt mal in die Kommentare, warum bei mir dauernd Disconnect vom Server ist. Dauernd, andauernd. Igor. YOLO, ich bin jetzt runter. Bist du tot? Ja. Nein, aber pass auf, das Coole, das Coole ist, ich bin, ich bin in der Mitte gespawnt. Bist du gar nicht? Doch, bin ich. Guck in der Aufnahme. Ich schwöre, ich bin, man hat genau gesehen, dass ich neben dieser Treppe in der Mitte gespawnt. Gespawntet. Ja, ich bin ja gestorben, er mich hat zu mir schon hingekommen. Igor, ich bin glücklich. Schau mal deine Basis. Du hast es, deine Basis. Mann, der war echt gut. Ja, ja, schau deine Basis. Du kommst alles bis ganz normal, nichts ist lecky oder so. Und dann will ich hier bauen und die Schleifung selber. Passiert mal, ne? Mach's? Demirale ab. Weißt du, was demirale ich mach's jetzt noch mal. Ich versuch's jetzt noch mal. Es hat letztes geklappt, als ich mich mit meinem Freund zu sagen. Ich bin ja, ich bin in der Mitte. Ja, hier ist das Ende der Arena. Ja, demirale ich bin in der Mitte angekommen. Ja, jutsch. What the fuck? Er schießt mich mir ab. Oh my god, er schießt mich was ab. Das ist richtig ein guter Trick für den Anfang. Eben. Ja, hab ich doch gerade gesagt. Machst du einfach das Ding, Lippe und machst. Ja, da gehst du da hin, dann bist du direkt in der Mitte und dann holst du sofort ein Gold. Das ist doch voll YOLO. YOLO. Wo warst du denn? Weil ich einen Gold buche, um einen Bogen zu machen. Ich brauche aber keinen Bogen. Ich brauche... Wuuuuh. What the fuck, nein. Oh Gott, der Typ will mich töten. Der Typ will mich töten. What the fuck, der Typ will mich töten. Hör. 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 Scheiße. Meine Typ darf ich nicht sehen, wenn ich hoch zum Gold will. Egal, du hast den blauen aufgelenkt. Ja, und dafür hab ich mein Leben gegeben. Super. Nein, boah, ich muss sofort zum Gold irgendwie hier hin. Wir haben nämlich sofort hier mit dem Block an drüber, welcher Punkt kann. Ich muss auch nämlich schnell wenden. Der Block kommt hier hin. Der Block ist los. Alter. Du kannst ja... Oh mein Gott, der Typ hat mich schon wieder gesehen. Der Typ hat mich schon wieder gesehen. Werde mich eigentlich am Arsch schlecken. Ja, genau. Oh, der Typ klingt den ab. Oh, der ist ja nett. Oh. Oh, okay. Bis er bekommt die Gott. Ich bin nicht tot. Ich werde niemals sterben. What the fuck. die 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 büte die 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 ich nicht doch rechts weise mich ab oder ob man michraid man gehört Ami, Gert, Vakult, Cammy! Lass mich mal fürs Sofa! Oh mein Gott, der Typ ist genau hinter mir! Ja! 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 Er hat ihn getötet und nicht mich! Ich verstecke mich jetzt! Genau, geh schön in die andere Richtung! Das ist gut, das ist gut! Nein, er kommt zu uns! Er kommt, er kommt, er kommt zu uns! Was soll denn kommen, Alter? Ich mach den weg! Alter, egal! Man sieht mich ernsthaft, wie dumm das passiert! Rot über dir! Oh, das ist eine ganze Tromolte von Rot, Alter! Weißt du was? YOLO! Ja, keine Ahnung, das hab ich grad erfunden! Das hab ich grad erfunden, weil ich so ein mega geiler Schwäger bin! Weißt du was, Alter? Hashtag YOLO! Es gibt nur eine Sache, die ich jemals gelernt habe und die heißt YOLO! YOLO! Alter, bist du scheiße! Ja, ich brauche nur eine schöne Spitzhacker, wo wir mich jetzt einfach zu erinnern wollen! Timirai, bau zu! Bau ein Loch vor dir zu! Jaaa! Ja, was denn? Du kennst dich damit nicht aus mit dem... Okay, geht gerade prass, hier aber gesperrt! Ja, klar! Kannst du mir Spitzhacker und jetzt baue ich einfach... Jetzt mach ich einfach, ich gehe einfach auf YOLO und baue deren, äh, einfach deren... Oh! Bau einfach... Ich versuche einfach deren Blöcke abzubauen! Oh nein, jetzt hat er mich eben, jetzt hat er mich wohl auf den Sensor! Ein bisschen zurück, ein bisschen vor... Ein bisschen zurück, ein bisschen vor... What the fuck! Ha, ich hab's geschafft, bitch! Okay, bei blauen sind jetzt nicht viel total Schüle! Oh, Bastard! B區hhhh! Oh, mein Gott, ich bin voll im Arsch, hab' ich schon mal gesagt... Hcooah! Oh, finished... Hcooah! Hcooah! W check? Wtf! Wett if istえ... Wett if ist, hätt' die facade vos Moll bekommen! Ich verkeh' mich jetzt einfach auf die eerste... Wtf! Oh man glaube ich! Und einmal w 사ge! Wtf! 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 Du ey, du ey! Du ey, du ey, du ey, klar! greifbar. Tut tut! Unsere Basis sieht aus wie ein Gebrochenes, ey! Aua! Hab ich getroffen! Help! 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 Mach halt so behindert. Das war man auch so! Ach dann möchtest du alles wenn ich bin eigentlich fast. Dieancesami bringen damit! jetzt habe ich blöcke und eine eisenspitzhacke und jetzt geht's los dafür müssen wir es aber blau rein ich habe natürlich klöpfen wir sind blau ist noch gar nicht raus achten deren blog ist weg ja gut aber gut aber das ist noch zu zweit ich habe ich habe fast mit dem ganzen eisen gestorben wir werden die ganzen roten getötet da waren noch ganz viele da oben naja egal ich bin zu beschweren ich habe so einen helm eine hose und ein paar stiefel zack 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 so dann sehe ich unser hafohre haust da rein bruder also versteckt mich jetzt hier die ganze zeit weil ich habe angst dass ich nicht der hat so ich möchte einen stück trinken ohne trinken natürlich gab es ist natürlich sehr schlau ich habe meine plasche weggeschmissen und die waren mein kopfhörern verhält ich meine kopfhörer mit geschmissen so der fahrt immer das auf die berühmte die berühmte er trifft sich am mutter kommt eine neue maus als erster er ist auf erlauben ob man dies nur mehr als er jünger die ist richtig geil die kündigte und so ist es nicht mehr machen ich hoffe ich hoffe es ist die klingt ja ich habe mich auf das spiel ich habe das gar nicht richtig wer es wissen will es gibt die kurs die sehr gerne in der Hand. Geld kriege ich allerdings auch nach dem, also nach der Folge kriege ich Geld von Speedlink dafür, dass ich Kauf Speedlink Dekos gesagt habe. Ja, genau. Das ist keine Schleichwerbung. Nein, 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 überhaupt nicht. Also ich kann nur empfehlen, ey, kauft euch auf jeden Fall ein iPhone 4S. Also ich mache auf jeden Fall Schleichwerbung iPhone 5S. Das Schleichwerbung gehört sich nicht. iPhone 5S und deswegen würde ich Schleichwerbung iPhone 5S auch niemals machen. iPhone 5S? Äh, ja. Nein, nein. Nein, nein, iPhone ist schon ein sehr gutes Handy, was man eigentlich sagen. iPhone, ach egal. Ich sage jetzt nicht meine Meinung. Das ist auch so. Dürfte es auch gar nicht, weil du uns eigentlich Geld bezahlen müsstest. Ja. Deswegen auch gar kein Fall Schleichwerbung iPhone 5S, äh, ja, das stimmt. Ich habe auch gar nichts zu sagen, iPhone 5S. Ich habe nicht. Oh, der Mann. Ja, dieses Lied, halt dein Maul, kann man auch, ähm, auf iTunes kaufen, was es natürlich zum iPhone 5S dazu gibt. Aber jetzt hören wir mal auf mit der nicht, mit, 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 jetzt hören wir mal, jetzt hören wir mal auf, mit der nicht Schleichwerbung machen. iPhone 5S. Mal ein bisschen blauer. Gut. Also ich spiele ja gerne, ähm, welcher Pusten? Ich denke. Ähm, hier, wer spielt von euch alles, äh, 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 ähm, äh. Oh Gott, jetzt soll ich vergessen, wie das heißt. Ähm, boah, du kleiner bist, gebührt. Crash of Clans! Crash of Clans! Wer spielt von euch alles, Crash of Clans! Geht hier auf! Was denn das war nicht? Hä, das war nicht so wie viel jetzt Schleckerung. ein bisschen ist ja lustig aber viel ist so hallo kommt sofort kommt sofort zu unserer base ist alle zu unserer base alle zu unserer base ich werde angegriffen das genau hinter mir gut ich werde doch nicht angegriffen ach der ist halt von mir weggerannt ich bin vor ihm weggerannt und dann ist er weggerannt weil das ich dachte oh mein gott er braucht mich doch ich glaube ich glaube ich bin ich mal richtig krass das ist natürlich sehr konzentrierend wo ich bin ich bin gerade bei ich bin gerade bei den orangenen riesen ist noch so ein blauer aber passt gar nicht auf ich komme hier ist tot ich habe ihn gekillt von hinten so macht man das ja das ist natürlich sehr gut von mir wie ich das geschafft habe wir hatten weggeguckt ich ja ich hätte zum beispiel kein erz verloren wäre ich früher gegangen ich dachte ich würde hingucken aber in wirklichkeit hat er zudem zu dem billiger geguckt eben halt die sache verkauft für schwarz mal schwarz ja wie soll ich das machen und meistens war genau da schießt gar nicht so schlecht der typ schießt gar nicht so gut der typ schießt gar nicht so gut nur leider bin ich schon gut alter ich hab 62 eisen läuft bei mir wie viel 62 save das da sind aber gerade gar nicht ich denke nur gerade ab er ist nirgends sicher der verkämpft sich das ganz genau ich weiß wie ich zu dem hinkommen immerhin so welchen schritten gehen das ist das schlauze was du machen kannst genau immer so what the fuck ja ist es wirklich alter what the fuck aber er hat mich getroffen hat mich getroffen what the fuck wir gehen du hast ein hacker der hätten von da gar nicht treffen können ich muss mich erst auf etwa immer ich weiß in den bogen weg der voll idiot woher ich es ist unmöglich da vorbeizukommen nein da liegt ein pfeil aua 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 er hat mich getroffen hat mich getroffen ja ja da geht es aber nicht mehr weiter ach wirklich ich weiß nicht ich du hast recht du hast recht du hast recht du hast recht du musst nein damit er nicht runterfällt ja eben ich will hier nicht runterfallen ich habe keine blöcke mehr das ist geile hier wir sind so im arsch ja danke jetzt bräuchte noch einen bogen schon wieder disconnect vom server jetzt los 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 let's go warte der ist ja irgendwo drin der hat eine falle ja ja sauber so ich habe das ist die einzige runde das ist auf jeden fall die einzige runde die wollten aufnehmen äh alter krasser scheiß wir haben wieder am ende noch gefistet alter genau so soll man das machen nehmen wir uns jetzt einen guten alten stein naja ich hoffe es hat euch wieder gut gefallen ähm ich danke auch wieder wie in der letzten auch noch mal schon euch beiden dass ihr dabei wart ähm wie immer wenn es euch gefallen hat liked für die neuen wenn ihr Lust habt und es gut findet und ihr immer meine neuen videos sehen wollt abonnieren ähm ja kommentare immer gerne ich bin für alles offen und teilen ist natürlich auch nicht schlecht und ja ich verabschiede mich hier und ich verabschiede mich auch von euch beiden tschüss 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 Untertitelung des ZDF, 2020